Folge 33 und Laura klappert wieder, sie hat ihre Armbänder umgemacht. Ah, das war gut. Ja, Piakus, lass es bitte. Schau mal, hier ist der Safe Point. Da ist er! Ja, schön. Ja, ist ja kein Problem, dann gucken wir uns jetzt noch an, was unter der großen Box ist. Ich nehme an, den Endboss, den Nick dann bezwingen darf. Ach, das wird so. Ja, mit zwei Schuss, die ich habe. Mit zwei, die könntest du mal bei Gelegenheit nachladen. Ja. Nur so eine Idee. Ups. Nein, da auch nicht. Auch nicht. Nach oben drücken. Ja. Dann auf X. Ich weiß. Und du könntest auch noch mal eine Spritze nehmen. Aber wenn da jetzt ein Endboss kommt, dann kommt er bestimmt noch mal 4M hoch. Meinst du? Ja. Ich denke, könnte schwierig werden. Ich denke, auch hier in dem Raum liegt, glaube ich, nichts. Das haben wir uns angeguckt. Ja. Juti, Nick, dann probier es doch mal. Vielleicht wird er einfach nur ein Weg frei und du findest Kipman und ihr werdet glücklich und alles ist schön. Ja, genau. Das klingt nach dem Spielen. Ich finde, das ist, wir würden es eben bisher gewesen. Ich finde, das ist erst mal nur nie geebnet. Genau. Ich drück mal da drauf, ne? Ach, kann ich gar nicht. Geht gar nicht. Das Spiel hat mir bisher keinen Anlass gegeben, nicht zu glauben, dass das jetzt ein Happy End wird. Also, bisher hat es sehr gut gelaufen. Ja, das sieht nach einem Happy End aus. Auf jeden Fall. Solche Tieren sorgen immer für froh, gemutes, schönes Abendessen mit der Familie. Auf jeden Fall, da ist alles. Ja, da ist es. Oh, das war so klar. Du Spacko. Du Spacko. Weckel, 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 weckel. Rette dich! Irgendwie! Save your life! Das war schon, ne? Wie, das war die ganze Aktion? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum liegen denn da so viel mehr von diesen Dingern? So... Kannst du die... Jetzt geht das nochmal von vorne los, oder was? So, jetzt laufen, laufen! Und ausweichen, ausweichen, genau. Links! Links! Mitte! Top! Das ging? War okay! Da gibt's bei Uncharted und so, gibt's schwierige Passagen, wo man so wegkriegt. Guck mal, hier liegt wieder der... Da liegen ganz viele von ihnen. ...mein Freund die Kisten. Ja, Leslie! Vielleicht meint er auch die Kinder. Du bist nicht hilfreich, Leslie! Ich hab das... dessen ist, was ich selber bewusst... Okay. Vielleicht war er deswegen in der Psychiatrie. Wahrscheinlich. So, auf! Vielleicht weil er nicht hilfreich ist. Oh, sehr hoch! Wie ist der? Munition! Für den Endboss! Wann jetzt ist es? So... Aaaa... 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 Ja, also... Da kommt jetzt wieder ein Kampf gleich. Das sieht nicht gesund aus. Das ist Gas, ne, da sind die Duschräume wahrscheinlich. Geht das auf? Das geht bestimmt nur drauf. Ne. Vielleicht kommt da der Boss raus. Das geht bestimmt nur noch drauf. Hier ist nichts mehr, oder? Ne, nur so ganz viele Kisten. Die haben Spaß. Na gut, dann hier, ne? Genau. Kurbeln. 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 Ja, zwischendurch. Ah, jetzt geht das wieder los? Ach, nö. Ja, trennt er wieder weg. Ist aber auch immer dasselbe irgendwie. Da steht so ein schönes Grünes. Oh, nö. Und jetzt darfst du in diesem Raum nämlich gegen den Maka kämpfen. Ja. Gott, Leslie nervt. Der ist nur dafür da, dass er ständig irgendwo rein rennt und dann müssen wir wieder irgendwas machen. Ja. So, Nick, du hast... Was haben wir denn schönes? Wir haben doch jede Menge... Bolzen. Wir können auch Bolzen noch bauen. Wir haben zwei... Aber wir haben eigentlich genug. Wir haben zwei Explosionsbolzen. Wir haben Eis- und Blitzbolzen. Das ist ja eigentlich schon mal alles, was man braucht, um glücklich zu werden. Genau. Und jetzt lauf, lauf, lauf. Oh, wow. Ja, der kam plötzlich angewandt. Ja. Damit hab ich ja auch... Deswegen erst Eis oder Blitz und dann Explosionen. Oh. Aber was rennt der denn? Was? Der rennt ganz schön. Hm? Der Spritzen-Time ist nicht... Nee, wollte ich auch nicht. Achso. Ich wollte hier... Bolzen-Time. So. Okay. Ja. Ich muss ihn schon genauer treffen. Okay. Und jetzt? Explosionsbolzen. Versuch, durchzuschalten. Ähm. Alternativ auch Spritzer. Aber ich würde erstmal Explosionsbolzen versuchen. Vielleicht kriegst du ihn da mit. Ja schon. Bei einem hat er ja schon abgekriegt. Und jetzt Spritze noch hinterher. Oder so. Das war machbar. Bei unserem Glück kommen normalerweise gleich zwei... Oh, das Gas. Scheiße. Da rein. Da rein. Ja, 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 ja. Fuck. Das muss doch nicht sein, wenn man mit diesem ekligen Gas... Da links liegt ein Bolzen. Egal. Du musst das Rad wahrscheinlich sowieso irgendwie mitnehmen. Aber geht nicht, ne? Nee. Ist gut. Weiter, weiter. Erstmal... Da soll ich nicht erstmal... Ja, mach erstmal eine Spritze. Wir haben ja... Also wir haben ja vorhin gesehen, dass da eigentlich genug Zeit war. Ja, guck mal. Das ist ja auch erst da bei fünf oder so. Genau. Nimm die Spritze erstmal mit. Oh, Mann. Das Gas sieht aber cool aus. Ja. Würde ich mal kurz sagen. Hat eine richtig schöne Partikeldichte. Das ist voluminös. Oh, oh, oh. Da ist der nächste. Oh, Gott. Oh, das ist nicht gut. Oh, mein Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Aber das ist geschafft. Renn, 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 lauf. Oh, schönes Ding, Nick. Nein, du hast es noch nicht geschafft. Hahaha. Da ist noch ein Gas-Ding. Oh, verdammt. Minen, 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 minen. Ja, das ist nicht gut. It's time for freezing. Oder irgendwas. Oh. Du hast völlig recht. Haben wir noch einen? Wir haben noch Blitz. Aber ich kann noch bauen. Kannst du auch noch Freeze und ein Explosivo noch bauen. Ja, was ist ein RB-Stil? X, äh, RB. Okay. Warum markieren wir noch? Zwei und... Zwei und noch einen Freeze-Bowl vielleicht. Oh, der kostet fünf. Ja, aber mach's trotzdem. Sonst spart man sich das immer auf. Und... Naja. Brauchts nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hinter dem. Weg, 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 weg. Aber irgendwie zielt er nicht so besonders gut auf dich. Das war jetzt sehr... Hast du. Lauf nicht in die Minen rein. Egal. Jetzt. Ja. Das war's schon. Das war's schon. War mir gar nicht bewusst, dass es hier so einen Ausgang gab. Ne. Auch nicht gemerkt. Ich hoffe, der kommt da ja nicht. Aber... Aber das Gift ist immer noch... Jetzt hat's noch nicht gereicht, das Gift. Ähm... Aber hier muss ja... Wenn einer irgendwas sieht, ne? Ja, ja. Hier drin? Ne? Weiß nicht. Da. Das ist schon richtig gelaufen. Es gab nur einen Weg. Aber das ist doch bestimmt noch ein Ventil, oder? Von wann auch nur zwei. Ja, aber das reicht doch jetzt noch nicht. Wir sind jetzt bei 25. Die werden's ein bisschen spannender machen. Oh, ne. Oh, ne. Reißt du, dass ich jetzt den Kopf ab? Ja. Vollidiot. Das ist jetzt... Das ist ja ein Spacko. Ja, ne. Da mit... Da... Er ist hinter dir. Äh... Du hast völlig recht. Äh... Hab ich den noch... Du hast den Explosivo noch da. Aber ich würde ihn vielleicht trotzdem erstmal blitzen oder frieren. Ja. Ja. Oder laufen. Alternativ auch laufen. Fuck. Uff. Okay, bleib doch da, bleib da. Dann kannst du ihn, wenn er um die Ecke kommt, frieren. Jetzt. Ja. Explosivieren. Genau. Aus dem Fuß. Ja. Top. Die reagieren tatsächlich relativ allergisch. Oh, auf den Kopf. Nein, nein. Nein! Der hat's noch nicht. Ah! Ah! Oh, jetzt hat er's. Er hat's. Okay. Jetzt bist du da raus wieder. Ach so, die Tür geht immer erst dann, wenn man ihn getötet hat. Alter Falter! Guck mal wegen dem Ventil. Ja, ist er wieder. Vorsicht, Vorsicht. Das ist das, was ich schon hatte, oder? Ähm, da lag noch ein Ventil. Das ist genau das, was vorne am Eingang lag, aber wir wissen nicht, wo's rangehört. Da wohl. Ach so, da gehört's ran. Jetzt können wir's nämlich auch nehmen, nachdem wir ihn besiegt haben. Nehme ich mal an. Also besieg ihn mal. Wir haben noch irgendwelche anderen coolen Bolzen, dass ich jetzt nicht alle verbrauchen muss. Wir haben noch Granaten, wir haben noch Blitzbolzen. Granate hört sich doch gut an. Aber ich würde ihn trotzdem erstmal irgendwo festnageln und das geht am besten mit den Blitzbolzen. Ja, den wähl ich jetzt aus. Ah, das war Blitzbolzen. Ja. Timing war nicht so. 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 Okay, und jetzt Granate. Ah, ups. Oh. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich möchte sagen, das hat nicht funktioniert. Das hab ich nicht gesehen, dass da einer war. Das ist ärgerlich, weil jetzt hab ich auch die ganze Zeit umsonst gespielt, ne? Ja. Schade. Ne, dann nochmal. Das ganze einfach nochmal in gut. Ich fand's so schlecht war das gar nicht. Ne, es war wirklich eigentlich... Okay. Es war ganz gut. Es war ganz gut. Aber nicht gut genug. Ja. Aber es ist halt einfach das Problem, dass der nicht tot bleibt. Der einfach... Es ist ja immer ein anderer, oder? Es sind ja einfach ganz viele davon, so hab ich das jetzt... Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Weil da lagen ja überall so ne Kisten im Staub. Also das sind einfach ganz viele von denen, die da überall rumliegen. Ach so, ich hätte jetzt so gesagt, dass der quasi die Kisten, die überall rumliegen, so als Art Teleporter... Ich weiß... Ja gut, stimmt. Das kann auch... Also dass er sich da wiederbelebt oder so an den Stellen. Ach man weiß es nicht. Der fiese kleine Kerl. Den hat seine Mama auch nicht geliebt. Er hat's immer noch nicht. Jetzt aber. Ja. Super. Jetzt kommt das Gas ja auch erst. Aber jetzt kannst du das noch schnell aufnehmen. Genau. Ja. Tausend. Das lohnt sich ja sogar mal. So, wo war das erste? Das war hier... Hier. Und dann um die Ecke. Ach so, jetzt konnte ich mit Gesundheit nehmen, ne? Genau. Und da liegt ein Explosivbolzen übrigens noch. Also, allerdings... Der hast du nicht mitgenommen. Ich wiese dich darauf hin, aber du nahmest ihn nicht. Und 10 Schuss. Möglicherweise sinnvoll. Ist ja auch blöd, dass man das jetzt nicht aufnehmen darf. Ja. Ich würde mich da jetzt nicht aufhalten. Wenn da rein... Ne, ich halte mich da jetzt auch nicht auf. Ich wollte bloß schon mal den richtigen Bolzen. Eisbolzen. Genau. Und das kannst du schließen bevor er kommt. Das wissen wir. Du schaffst es. Brück dich kaputt. Komm schon. Los. Harte, harte. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh Gott. Alles. Fuck. Das haut mir immer mit so einem komischen Sack da auf dich ein. So, jetzt nicht verschießen. Lieber noch mal ein bisschen länger zählen. Und den Bolzen, den Bolzen, den Bolzen. Da ist er da. Mach Pause. Wir haben doch die Zeit. Zeitlupe ist immer besser. Okay. Und... Shoot'em. Dann brauchen wir noch zwei Schuss. Oh fuck. Ist das gemein. Das war sehr knapp. Hat aber gut daneben gehorn, der Gute. Muss ich hier rein? Genau. Dann kommt auch schon der Nächste. Ach, das Gute auswendig lernen bei Videospielen, ne? Ja. Schön, schön. Mein Favorit dabei ist immer noch Super Meatball. Ja, Super Meatball muss man wirklich auswendig lernen. Jeden einzelnen Level. So. Schnell neue Bolzen machen. Na, wir haben noch... Ja, davon mache ich mir jetzt noch zwei erstmal. Und den Eisbolzen kann ich auch den Elektrobolzen. Ja, nimm den Elektrobolzen stattdessen. Ja, Quatsch. Da. Drei. So. Nachleiden. Top. Jetzt muss ich nochmal wechseln, ne? Sehr schön. Und... Jetzt suchen wir... Ach, das Fenzil, ne? Das war da. Fentolil. Da links. Da. Ja. Und wir drücken wieder an. Jetzt weißt du, dass ich den Kopf wieder habe. Genau. Das kennen wir ja schon. Wunderbar. Damit er dann hinter dir steht. Ist das jetzt eigentlich ein bisschen eklig? Ja, das ist echt so eklig. Also ich finde, die Geräuschkultur ist mehr schwörer als das. Na gut, dass wir das mit Sound spielen. Es gibt ja genug Leute, die bei Let's Plays dann so die Kopfhörer rauslassen. Wie ist er denn? Ja, da steht doch mehr. Aber so Horrorspiele kann man ja nicht ohne Sound spielen. Das ist ja absurd. Ich stelle immer Slender ohne Sound vor. Hm. Das wäre ein Zehntel oder so. Vorsicht, da hat er wieder so Minen gefallen. Ja. Hat er es gesehen? Ja, er stört. Den hat es gleich. Sehr gut. So. Und... Hatte er da draußen nochmal Minen gefallen? Ne. Ich glaube, diesmal hat er da draußen keine Minen gefallen. Damit er schnell genug war. Jetzt aber ein... So, jetzt wird er gleich das Ventil kaputt machen. Genau. Wenn ich hier dann gehen würde... Da war noch was. Nehmen wir mit. Bisschen Zert haben wir noch? Ja. Genau, jetzt macht das Ventil kaputt und dann muss ich den töten und zurück drin. Genau, klingt nach einem Plan, der umsetzbar ist. Und... Britzel. Und... Explosibel. Schön, wenn man so eine Taktik hat, die funktioniert. I like this system. Nein! Fuck. Ah! Scheiße! Aber du hast... Du hast... Du musst ihn nur noch zweimal treffen. Ja! Nein! Das gibt's doch jetzt nicht! Ach, das ist das Scheiße. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ja! Gut, Nick. Oder? Der hat einfach zu lange gebraucht, um den Bolzen einzuspannen. Hätte man vorher schon mal laden müssen irgendwie, oder? Ne, ging ja nicht, war ja ein Strombolzen davor. Aber warum war der denn nur so kurz betäubt? Normalerweise hat der ja fünf bis zehn Sekunden irgendwie. Ja. Das war jetzt ja maximal zwei oder drei. Vielleicht wird er mit jedem Mal stärker. Na gut, Nick. Du probierst das jetzt noch einmal. Eigentlich nicht. Ich probier das jetzt nochmal, ja. Und wer nicht macht, dann lässt das dann. Ja. Der macht das dann. Irgendwann. So, was haben wir jetzt gerade für einen Bolzen drin? Licht. Das bringt irgendwie... Dann nimm doch die Strombolzen lieber am Anfang, oder? Ja, du hast schon recht. Ich hab' ich auch gerade noch mal. Er läuft auch. Er holt schon. Warte, warte, warte. Boah. Ja, du hast recht. Das war ohne recht. Das war... Das war völlig ohne recht. Das war voll ohne recht. Ne, warte, warte, der läuft da noch rein, der läuft da noch rein. Ja, der läuft da rein. Jetzt mach aber auch was draus. Ja, möglicherweise schon. Ganz ruhig. Ich hatte Angst, dass du jetzt eine Laura machst und kurz stehen lässt und überlegst. Man weiß es ja manchmal nicht. Okay, das war gut. Das war gut. Aufschießen. Oder hauen. Oder eins von beiden. Aber irgendwas macht auch weiter. Jetzt hat er da Minen gelegt. Musst du auch aufpassen? So geil, wie du im Zweimal in die Brust schießt und dein Kopf explodiert. Das ist so blöd. Die ging auf, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas ging auf. Ah, nicht. Die Grünmatch vergessen. Ja, kannst du immer noch holen. Der liegt ja direkt vor dir. Da. Da. Schlup. So, genau. Jetzt den Bolz. Er ist jetzt schon wieder beim letzten gestorben. Also beim voraussichtlich letzten. Ja, ich denke auch das wird der letzte sein. Okay. So. Wollen wir nochmal heilen. Das Prozedere kennen wir ja schon. Ach, ist das alles wunderbar. So. Ja, ich weiß ja nicht mehr. Jetzt nehme ich aber den Frostbolzen. Weil mit dem bin ich jetzt näher dran. Ja. Ja, stimmt. Das ist der, der am nächsten dran ist eigentlich. Der nachher, wenn er sich den Kopf abreißt, ist auch noch mal relativ nah. Ja, aber... Das klappt hier eigentlich immer ganz gut gerade. Ja. Aber das möchte ich auch viermal, ne? Also ja. Und ausrechnen. Wenn der mal anfängt zu rennen. Ja. Also einmal trifft er einen da. Das passt doch mal. Ja. Und den Bolzen wechseln. Genau. Zack, zack, zack. Und nochmal drauf ziehen. Explodiert. Und noch zweimal schießen. Ah. Ja. Ja. Bitte treffen. Ja. Okay, sehr gut. Kannst du auch noch das Gas mitnehmen? Äh, das Gas. Soll? Doch, doch, doch. Die haben immer tausend. Ich nehme gleich noch eine Spritze. Ja. Ja, wir haben es ja. Jetzt haben wir es ja tatsächlich mal. Und... Da kommt der jetzt schon, ne? Erstaunlich. Achso, nee, nee. Du musst erst durch die Tür gehen. Genau. Ähm... Da baue ich jetzt schon mal zwei. Ja, und dann nimm den Strompolzen. Und dann durch da. Da, da, da. Sequenz, Sequenz, blablabla, blablabla. Ja, ist irgendwie so ein bisschen halber. Dass man die auch nicht weit verspringen kann, ja? So ein kleines B unten, wo haben sie ja sonst auch bei Sequenzen. Genau, jetzt weiß ich schon, ich muss nicht mehr außen rumlaufen. Das war gut. So hast du Zeit mit Sport. Gut, da passiert jetzt ja erstmal nichts. Jetzt kommt der Rest. Genau, aber den kann man ja ganz gut ausreichen. Ja. Wenn ich mir Mühe gebe. Katsch, und der Kopf ist weg. Autsch. Autsch, Autsch. Das gibt morgen Kopfschmerzen. Nein. Oh, ich muss noch einmal wechseln. Der fängt aber auch gleich an zu rennen. Stromi, 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 Stromi. So. Wechseln, genau. Explosivo. Ja, das war gut. Schön. Und jetzt noch schießen. Nein. Bin mal ein... Inklusive Treffen. B. Der haut dir jetzt wieder auf den Kopf, ey. Ich hasse das so, wenn er das macht. Ja. Ins Bein geschossen. Und der Kopf explodiert. C. Ich mag das. Einmal nicht wieder eine Runde rumrennen. Genau. Da willst du hin. Lade mal erstmal die Sachen nach und so. Genau. Und jetzt nehme ich den... Eisbolzen. Eisbolzen. Das müsste jetzt ja der letzte sein. Hoffen wir. Auf. Und er haut dreimal drauf. Das ist weg. Komischerweise auch immer die gleiche Anzahl. Zack. Und jetzt nachladen. Nachladen. Pausenmenü kannst du auch machen. Ja. Dann hast du mehr Zeit. Ah. Ich war schon so nah dran. Ich war so nah dran. Ich würde zurücklaufen, ja. Super. Ja. Sehr gut. So. Aber noch bisschen nicht durch. Jetzt musst du das Ding holen. Genau. Und es leuchtet. Ach schön. Warum man es nicht gleich mitnehmen kann. Ah. Hängt man sich einen Gürtel. Meine Güte. Ja. Ein großes Ventil. Wieder zurück. Da ist er wieder. Jetzt kommt der letzte wahrscheinlich, oder? Einer kommt da. Frage ist, wo ist er? Weiß ich nicht. Jetzt vor mir. Wahrscheinlich. Nee. Noch nicht. Alles gut. Einsetzen. Hast du. Adventure. Kombiniere, wenn ich hier mit Dings. Wenn einer von euch einen sieht. Ja, ja, ja. Da rechts ist. Da rechts ist. Da rechts ist. Aber schaffst du nicht. Schaffst du es noch? Nein. Ja. Hast du. Und lauf. 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 Du hast keine Frostbolzen oder so mehr, oder? Frostgesundheit. Ja, das bringt jetzt nichts. Wir müssen ihn erstmal bremsen, wenigstens, bevor wir Gesundheit machen. Ja. Top. Komm her. Komm her. Zielen. Ja. Top. Oh, das war der Falsche. Oh, das war der Falsche. Aber es ist nicht so schlimm. Ja. Ja. Gut. Schön. Das Gas ist weg. Gesundheit. Ja, ich mach erstmal eine Stürze noch. Genau. Dann mach ich ja. Und das ist die Frage, wo wir... So, jetzt ganz vorsichtig das hier aufnehmen. Da ist er schon wieder. Oh, ne. Ach komm. Da muss ich die vielleicht gar nicht töten. Wo geht's denn? Hier geht's ja nicht raus. Wo ist er denn? Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da ist er. Aber du kannst jetzt hier im Kreis laufen, ne? Ja. Also zumindest das haben wir irgendwie gekriegt. Da lag noch Munition. Da liegt das Zeug. Da liegen die... Aber ich muss ja jetzt hier lang, oder? Ja. Schwierig. Da. Hier musst du doch rausgehen, oder? Ja. Eigentlich so. Kann ich das... Nee. Kannst du nicht. Vielleicht musst du den letzten auch noch besiegen. Aber warum denn da... Oh fuck. Scheiße. Das hat grad noch geklappt. Das hat grad noch geklappt. Explosiv. Das ist alles. Spannend. Muss man wieder einen bauen. Und... Gib's eben. Das war der falsche. Das war jetzt nichts. Na, mach weiter. Ja. Ja. Und... Nicht? Das ist jetzt unfair. Verarschen kann ich mich alleine. Was soll denn die Scheiße? Wieso ist der denn nicht explodiert? Okay. Aber der hat dich nicht getroffen. Der ist grad glaub ich irgendwie so ein bisschen kaputt, oder? Hä? Nee. Ach man. Ach man. Ja, aber irgendwo muss ich ja lang laufen. Verdammt. Lauf zurück, lauf zurück. Ja. Ist gut. Warum ist der denn nicht explodiert? Aber den... Hab ich den beheutest noch? Nee, ne? Nee. Ich glaub nicht. Hä? Das war jetzt... Das war jetzt... Doof. Das war... Das war doof. Vom Spielen. Nicht von dir. Alles gut. Dann kannst du ja nochmal einen bauen. Wir haben ja noch ein bisschen... Pinke Pinke. Ach! Nein! Du kommst aber auch mal angeflitzt an. Und dann, wenn man sich dann noch verdrückt, weil das ja alles hier... Weil ich ja auch 10 Tasten brauche. Ja, das ist wirklich absurd. Okay. Bolzen zu bauen. Okay. So. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, fuck, ey. Das war's. Jetzt hast du nichts mehr. Jetzt bin ich groß tot. Ja, scheiße. Hm. Aber das muss man doch jetzt nicht alles ernsthaft machen. Aber wo kommt denn vor allem... Warum kommt denn jetzt noch einer? Wie oft wollen wir jetzt kommen? Ich dachte eigentlich, das wäre abgeschlossen gewesen. Also, gut, Leute. Verarschen kann man sich alleine. Wir machen das beim nächsten Mal nochmal. Das machen wir nochmal in Ruhe irgendwie. Oder nicht in Ruhe. Ja. Und schnell. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, weil wir aber auch jetzt überhaupt nicht wählen dürfen. Nee. Wir drücken mal Pause. Ja. Und ja, nächste Folge geht's dann hoffentlich weiter mit besseren Nachrichten. Das ist doch ärgerlich. Ja. Hast du aber gut gemacht. Also, ich weiß nicht, was ich besser machen soll. Nee, also... Naja. Schwierig, Leute. Tschüss. Tschüss.